hi und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mord am mittwoch ich habe euch schon so viele fälle erzählt mir gehen langsam die streichhölzer aus oh no ich hoffe es geht euch ein gut und ihr habt soweit einen schönen tag gehabt schreibt mal in die kommentare was heute bei euch los war und jetzt macht euch gemütlich holt euch ein getränk die kakaozeit hat offiziell begonnen und packt euch die kuscheldecke macht euch das kerzchen an und gemeinsam steigen wir in den heutigen fall ein das ganze wird ein kleines bisschen historisch und zwar möchte ich euch von einem fall erzählen der irgendwie in der geschichte untergegangen ist und das obwohl die familie in der sich das alles abgespielt hat mehr als berühmt ist es geht um die kennedys und wenn ihr an die kennedys denkt dann denkt ihr bestimmt als allererstes an john f kennedy ihr denkt an politik ihr denkt an macht an eine vorzeigefamilie vielleicht denkt der ein oder andere auch an marilyn monroe aber an rosemary denkt keiner dabei ist die geschichte dieses mädchens eine ganz besonders tragische und die möchte ich euch jetzt erzählen damit ihr euch die hauptperson in diesem fall etwas besser vorstellen könnt beschreibe ich sie euch kurz zunächst ist er joseph p kennedy er ist der vater der kennedy joseph trägt eine hornbrille sein haar ansatz verabschiedet sich langsam also der mann hat ordentliche geheimratsecken damals waren haartransplantation in istanbul wahrscheinlich noch nicht so gängig aber er überzeugt durch seine charmante art und sein selbstbewusstes auftreten ich merke gerade ich muss vielleicht kurz erwähnen dass ich das wochenende über in barcelona mit einer freundin feiern war ja das ganze hat gewisse spuren hinterlassen seht es mir nach ich klinge wirklich schrecklich aber ich gebe mein bestes ich habe ganz viel tee für euch getrunken und pastillen gelutscht aber wirklich geholfen hat es noch nicht deswegen ja müssen wir es heute irgendwie so regeln die mutter rose elizabeth fitzgerald ist eine eher strengere disziplinierte person sie ist immer ordentlich und adrett gekleidet achtet sehr darauf wie sie in der öffentlichkeit wahrgenommen wird und gilt als gutmütige und friedliebende person dann gibt es da natürlich die ganzen kennedy kinder und vor allem rosemary die wir uns heute anschauen wollen sie ist eine leuchtende schönheit sie hat ein breites lächeln ein weiches rundliches gesicht und wurde einmal in einem magazin als schönheit im weißen tüll beschrieben weil sie dort sein weißes kleid getragen hat joseph kennedy machte sein vermögen mit stahl und whisky so ist er bald millionär politisch engagiert und ein mann von großem ansehen er heiratet seine frau im jahr 1914 gemeinsam haben sie neun kinder von denen drei in die politik gehen die meisten dieser nachkommen leben ebenfalls in der öffentlichkeit die kennedy's waren damals so was wie die kardashians heute sind eine sehr bekannte familie mit großem einfluss die jedermann irgendwie auf den plan hatte joseph hatte für seine kinder vor allem für seine söhne ambitionierte ziele er selber hatte viel in seinem leben erreicht und erwartete nichts geringeres von seinen eigenen kindern das ist schon ordentlicher druck mit dem man da aufwächst diese ziele waren joseph wichtiger als alles andere und ich finde dass der heutige fall das eindeutig macht ob es ein zeichen ist oder nicht das weiß man ja nie so wirklich doch rosemary wird am freitag den 13 september 1918 geboren und mit ihrer geburt ging die tragödie eigentlich schon los denn zum zeitpunkt ihrer geburt befindet sich die stadt brooklyn im festen griff der spanischen grippe dieser grippe fielen weltweit 20 bis 50 millionen menschen zum opfer dementsprechend furchteinflößend ist es zu dieser zeit sich durch die straßen zu bewegen hochschwanger in einem krankenhaus zu liegen und zwischen all den infizierten ein kind zur welt zu bringen so wie wir es auch in den letzten jahren mitbekommen haben ist das personal damals mehr als überfordert die pflegekräfte arbeiten rund um die uhr um irgendwie die gesundheitssysteme am laufen zu halten und in all diesem chaos wird rosemary nun geboren naja nicht ganz denn als die wehen bei ihrer mutter rose einsetzen sagt der arzt sie solle diese unterdrücken er habe noch zu viel zu tun er müsse noch zu etlichen anderen patienten und habe noch keine zeit für diese geburt da es sich bei der familie kennedy aber um so angesehene und berüchtigte leute handelte wollte er unbedingt alles richtig machen und deswegen soll rose das kind doch einfach noch ein bisschen länger im bauch behalten bis der arzt zeit hat einen grandiosen job hinzulegen mit anderen worten die hebamme hat rosemary zurück in ihre mutter gepresst das kind war mit dem kopf bereits aus dem geburtskanal herausgetreten und wurde nun von der hebamme wieder reingedrückt das stelle ich mir für alle anwesenden vor allem für die mutter äußerst traumatisch vor und es sollte auch seine folgen mit sich tragen stundenlang wurde diese geburt nun verhindert und das obwohl damals schon bekannt war dass dem kind auf diese art und weise ein erstickungstod droht das ganze bedeutet ja einen unwahrscheinlichen sauerstoffmangel der für mutter und kind echt gefährlich ist irgendwann tritt der arzt nun endlich ein und sagt hier da bin ich und nun bringe ich das kind der kennedy's zur welt so als würde es nur darum gehen dass er diesen job macht und sich damit brüsten kann und nicht darum dass das kind endlich einfach gesund zur welt kommt und so vollendet er dann diese geburt hilft rosemary dabei aus ihrer mutter herauszukommen mir fehlt wirklich das medizinische vokabular an dieser stelle auf jeden fall wird das kind geboren und alle sind erschöpft aber glücklich doch obwohl das mädchen genauso aussieht wie ihre geschwister alle haben dieselben hellen augen dasselbe dunkle haar ähnliche gesichter so fällt den eltern schon bald auf dass etwas mit rosemary anders ist als sie heranwächst wird immer deutlicher dass sie sowohl verhaltens als auch erziehungsschwierigkeiten hat schon als baby bewegt sie sich viel weniger als ihre geschwister es getan haben sie reagiert nicht richtig auf reize sie lernt langsamer und hat kein interesse daran mit den anderen kindern draußen zu spielen denn oftmals kann sie mit ihren geschwistern einfach nicht mithalten die sind schneller flinker und lernen besser fachleute erklären den kennedy's später dass ihre entwicklung auf den sauerstoffmangel bei der geburt zurückzuführen sei das ganze wurde als unfall in der gebärmutter bezeichnet und rosemary spürt selber dass da etwas anders ist sie spürt dass sie mit den anderen kindern nicht mithalten kann und das führt oft zu verzweiflung und dieser verzweiflung kann sie dann keinen richtigen raum machen sie kann das ganze nicht in worte fassen das was sie fühlt kann sie nicht artikulieren und so wird sie dann aggressiv es heißt sie habe um sich geschlagen und geschrien sie wird dann von den ärzten damals als retard diagnostiziert und das hier ist übrigens jetzt mal so eine kleine warnung das alles ist vor 100 jahren passiert und vieles was damals passiert ist und wie es bezeichnet wurde und diagnostiziert wurde geht gar nicht also retard bedeutet so viel wie zurückgebliebene aber es ist ein echt negativ konnotiertes wort es ist kein neutraler medizinischer begriff um eine einschränkung zu bezeichnen sondern sie hat einfach einen stempel von den ärzten aufgedrückt bekommen und wurde als ja wahnsinnige zurückgebliebene abgestempelt deswegen müsst ihr euch diese folge aber unter großen anführungszeichen vorstellen denn wie gesagt ist all das was ihr besprochen wird wirklich überholt und geht gar nicht mehr kann ich nicht dazu sagen es geht gar nicht immer wieder wird rosemary in sonderschulen untergebracht im heutigen zeitalter wäre ihre einschränkung gar kein thema mehr sie hatte eben probleme beim lesen und schreiben sie war manchmal etwas langsamer als andere kinder so what damals war das ganze aber ein riesenthema und mit diesem thema ging ein großes stigma einher für die kennedys war das ein skandal sie hat nur erfolgreiche intelligente und aufgeweckte kinder zur welt gebracht und auf einmal war der rosemary ein absolut liebes hinreißendes mädchen welches einfach mehr aufmerksamkeit gebraucht hätte aber das war etwas das konnten die kennedys nicht akzeptieren rosemary's behinderung wurde oft verheimlicht man wollte nicht dass die kennedys mit defekten gehen große anführungszeichen in verbindung gebracht werden die scheinbar glücklichste zeit ihres lebens verbringt rosemary in england in den jahren vor dem zweiten weltkrieg auch hier ist die familie bekannt wie ein rudel bunter hunde und die presse interessiert sich allmählich auch für die weiblichen kennedy kinder klar während die brüder für ihre intelligenz und ihren erfolg gelobt wurden 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 die mädchen damals nur als hübsche accessoires betrachtet aber immerhin haben sie auch ein kleines bisschen was von diesem rampenlicht abbekommen gütigerweise gerade die schönheit und der charme von rosemary und ihrer jüngeren schwester kathleen zogen die blicke auf sich ihre eigene mutter beschrieb sie einmal in der presse als ein liebevolles und warmherziges mädchen rosemary ist so bereitwillig ihr bestes zu geben so dankbar für aufmerksamkeit und komplimente und so hoffnungsvoll sie zu verdienen ich finde daran merkt man so sehr dass rosemary alles versucht hat um irgendwie in ihre familie rein zu passen und akzeptiert zu werden immer in der hoffnung endlich mal gelobt zu werden und es scheint auch gut zu klappen denn irgendwann wird sie sogar bei der königsfamilie vorstellig es gibt einen handschlag von der queen möge sie in frieden ruhen und die zeitungen drehen durch wow wer ist diese hübsche kennedy tochter und alle drucken ihr gesicht der evening standard schwärmt von miss rosemary kennedy in ihrem weißen mit silber bestickten türkleid allerdings fällt ein detail auf denn rosemary ist niemals alleine es gibt kein einziges bild von ihr wo sie allein zu sehen ist immer steht jemand aus der familie neben ihr die kennedy's hüten ihr geheimnis nämlich immer noch würde rosemary alleine irgendwo auftreten dann könnte es passieren dass sie sich verquatscht dass sie sich seltsam verhält das war ja die größte sorge dass sie nicht in dieses perfekte bild reinpasst und irgendwo anstößt und alle sich denken was sind die kennedy's für komische leute naja ich denke das jetzt weil ihr so böse mit eurer tochter umgegangen seid aber dazu kommen wir später noch so kommt es eben dazu dass immer jemand auf rosemary aufpasst dass immer jemand ihre hand hält ihr einen knuff gibt wenn sie sich nicht ordentlich benimmt und für disziplin und ordnung sorgt joseph ist nämlich der meinung dass rosemary's einschränkung den ruf der familie zerstören und die politische karriere ihrer brüder komplett beenden würde als großbritannien deutschland 1939 den krieg erklärt flüchtet rose mit ihren kindern nach amerika nur rosemary bleibt mit ihrem vater zurück sie geht nun auf eine montessori schule und genießt die zeit dort sie bezeichnet diese schule in ihren tagebüchern als zufluchtsort vor der öffentlichkeit und sie sagt es war der wunderbarste ort an dem ich je war die leute dort hatten zeit und geduld rosemary zu unterrichten und sich ihrem lerntempo anzunehmen dort wird sie dann sogar zur lehrassistentin ausgebildet und unter dieser anleitung blühte rosemary auf sie hatte das gefühl etwas schaffen zu können doch zu etwas gut genug zu sein und das war etwas das ihr ego gebraucht hatte die erfahrung zu machen dass man selbst etwas kann dass auch sie etwas erlernen und erschaffen kann nach einigen wochen schreibt joseph begeistert an seine frau rosemary ist völlig zufrieden damit bei mutter isabel zu lernen sie ist glücklich sieht besser aus als je zuvor in ihrem leben ist kein bisschen einsam und liebt es briefe von ihren geschwistern zu bekommen die ihr sagen wie viel glück sie hat hier zu sein doch dieser traum wird nicht lange anhalten joseph war nämlich für seine sympathien den nazis gegenüber bekannt und musste deswegen england verlassen so geht es dann für ihn und rosemary ebenfalls nach amerika und für sie war das eine katastrophale wendung in ihrem leben in england in dieser montessori schule hatte sie all das wonach sie immer gesucht hat sie hatte jemanden der mit ihr gelernt hat der an sie glaubte und geduld hatte und aus diesem umfeld wurde sie nun entrissen in amerika angekommen entwickelten sich rosemarys fortschritte schnell zurück sie wurde depressiv unruhig und aggressiv in einem fall greift rosemary zitat plötzlich ihren großvater an und schlug und trat ihn bis sie weggezogen wurde für die familie kennedy ist das zu heikel sie haben große angst davor dass ihr geheimnis gelüftet werden könnte und da diese ausfälle von rosemary sich langsam häuften wuchs die wahrscheinlichkeit dass sie irgendwann mal aufliegen würden sie beginnen nun damit rosemary in verschiedene kloster und auch verschiedene schulen zu schicken die sind aber sehr viel strenger und unterkühlter als es die montessori schule war rosemary fühlt sich missverstanden immer wieder wird sie weggesperrt und bestraft eine cousine erinnert sich in vielen nächten rief die schule an um sie als vermisst zu melden und dann fand man sie um zwei uhr morgens auf irgendeiner straße rosemary schleicht sich nämlich häufig raus sie hat genug vom eingesperrt sein vom missverstanden werden und treibt sich gerne auf der straße herum hier trifft sie hin und wieder auch auf verschiedenste leute von denen sie dann zuneigung aufmerksamkeit oder sex bekommt nun ist rosemary ja aber immer in sehr konservativen klostern untergebracht und als die nonnen irgendwann wind davon bekommen was die gute danach so treibt sagen sie sofort den kennedys bescheid und ihr könnt euch vorstellen joseph ist entsetzt und nicht weil rosemary möglicherweise in gefahr ist weil das was sie dann nachts treibt vielleicht für sie gefährlich sein könnte sondern weil das ganze natürlich ein schlechtes licht auf die kennedys werfen könnte joseph ist nun der festen überzeugung dass er nach einer lösung für dieses problem suchen muss immer wieder unterscheiden sich hierbei auch die berichterstattung denn manche meinen dass rosemary einfach nur spaß hatte dass sie einfach eine junge wilde lebendige frau war auf der suche nach liebe nach erfahrung nach aufmerksamkeit manche sind der meinung rosemary sei geistig voll gesund gewesen nur ihr lebensstil alleine habe den kennedys nicht gepasst und ihr vater habe dem am ende bereiten wollen und eine geistige einschränkung nur vorgeschoben wie das ganze jetzt genau war bleibt wohl ein bisschen im dunkeln versteckt auf jeden fall ist joseph der festen überzeugung etwas gegen den lebenswandel seiner tochter unternehmen zu müssen und er stößt bald auf ein verfahren namens lobotomie die lobotomie eine neue psychochirurgische operation bei der die bahnen zwischen den hirnlappen getrennt oder entfernt werden gilt als heilmittel für eine vielzahl von psychischen störungen wie alkoholismus und nymphomanie nymphomanie ist die bezeichnung für unkontrollierbares und übermäßiges sexuelles verlangen doch wurde früher mit diesem begriff ein bisschen wild hantiert also da wurden frauen die ihre lust äußerten und vielleicht ein offeneres sexuelles leben führten schon als nymphomanen bezeichnet und diese lobotomie sollte übrigens auch gegen homosexualität helfen das waren zeiten in denen die lust auf sex die lust auf wechselnde partner oder gleichgeschlechtliche partner als krankheit galten und das ganze konnte man mit so einer tollen lobotomie heilen in den 1940er jahren wurden in den vereinigten staaten jährlich bis zu 5000 lobotomien durchgeführt die meisten davon an jungen frauen wir jungen frauen mussten am häufigsten operiert werden da wir manchmal depressiv sind die ein oder andere von uns war homosexuell oder hatte lust auf sex und hat das so gesagt und das alles waren zeichen für verrücktheit für geistige erkrankung und deswegen wurden vor allem junge frauen operiert dr walter jackson freeman war alleine für fast 3000 dieser eingriffe verantwortlich in einem artikel vom mai 1941 wird freemans pionierarbeit gelobt und die hoffnung geäußert dass die operation aus patienten die zitat probleme für ihre familie und ärgernisse für sich selbst waren nützliche mitglieder der gesellschaft machen könnte ich will gar nicht zu sehr auf das verfahren der lobotomie eingehen weil es unfassbar brutal ist aber im grunde werden löcher in den schädel des patienten gebohrt und durch metall kanüle wird dann ein teil des gehirns abgetrennt dieser teil des gehirns soll dann eben für die homosexualität oder die depression oder 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 verantwortlich gewesen sein und das möchte man dann einfach schnipp schnapp abschneiden die patienten sind hierbei übrigens oft nicht mal betäubt und teilweise sind die ärzte sogar mit einer art eispickel durch das auge durch die augenhöhle ins gehirn gedrungen ich glaube das reicht als beschreibung oder ich glaube mehr braucht keiner von uns obwohl viele von dieser methode wahnsinnig begeistert waren gab es schon damals warnungen was dieses verfahren angeht angehörige mancher der patienten erzählen zum beispiel dass ihre liebsten nach der operation aufgewacht sind scheinbar geheilt waren also sie hatten keine depressionen mehr oder sie waren nicht mehr verhaltensauffällig was auch immer das heißen soll in der damaligen zeit aber sie waren irgendwie leer es schien so als würde man durch die lobotomie das emotionszentrum oder die seele abschneiden oftmals saßen die menschen einfach da sie waren ansprechbar sie konnten sich ausdrücken sie konnten laufen aber waren einfach gefühlslose zombies eine mutter sagt die seele meiner tochter wurde abgeschnitten trotz der ominösen geschichten braucht dr freeman nicht lange um joseph kennedy von der lobotomie zu überzeugen er meldet seine tochter rosemary für die operation an es sei die letzte hoffnung der kennedy die tochter endlich heilen zu können und im november 1941 genehmigt joseph kennedy dann dr freeman und dr james watts eine lobotomie an seiner tochter rosemary durchzuführen die mutter rose behauptet später nichts von dem eingriff gewusst zu haben sie sagt sie habe von dem vorfahren erst erfahren nachdem die op bereits vollzogen worden ist rosemary ist zu diesem zeitpunkt übrigens 23 jahre alt und es ist nicht klar ob ihr bewusst war was ihr da angetan wird ob es eine einwilligung gab oder nicht das bleibt fraglich nichtsdestotrotz wird sie amopetisch festgeschnallt während des eingriffs ist sie wach und verängstigt als der doktor ihr die löcher in den schädelbord soll sie dabei singen und fragen beantworten damit möchte er überprüfen ob das gehirn noch funktionstüchtig ist und er noch nicht so viel weggeschnippelt hat plötzlich verstummt sie und verliert das bewusstsein das ist das zeichen für die ärzte dass die operation hier nun ein ende findet und welche überraschung das ganze erweist sich als katastrophaler fehlschlag rosemary wacht auf und kann weder sprechen noch gehen ihre gehirnleistung gleich dem eines zweijährigen kindes sie braucht windeln und ist auf absolute hilfe angewiesen monatelang muss sie in die physiotherapie die kleinsten bewegungen bereiten ihr große anstrengungen die ärzte ordneten an dass rosemary nicht besucht werden dürfe sie darf keine besucher empfangen da diese sie stören oder verwirren könnten es wird aber auch gemunkelt dass es joseph war der diese besuche unterbinden wollte damit niemand herausfindet was er seiner tochter angetan hat was auch immer die gründe waren rosemary erhält in den trostlosesten jahren ihres lebens keinen besuch sie ist komplett alleine als sie ihr leben neu beginnen muss ihre selbstständigkeit so wie sie war all das was sie sich mühsam angearbeitet und erlernt hat war mit einem schlag dahin das selbstbewusstsein welches sie aufgebaut hatte die lernfortschritte die sie gemacht hatte all das war ihr genommen worden in den nächsten 64 jahren ist rosemary in heimen untergebracht und versteckt worden dort hat sie vollzeitpflege benötigt die meisten der kennedys wussten anscheinend nicht wo ihre schwester abgeblieben war die öffentlichkeit vergaß schon bald dass es eine weitere kennedy schwester gegeben hatte offiziell heißt es sie würde immer noch an der montessori schule arbeiten und sich einfach aus der öffentlichkeit zurückhalten joseph besucht seine tochter all die jahre lang kein einziges mal auch die mutter rose kommt nicht und als sie irgendwann jahrzehnte später einmal auftaucht ist rosemary so verwirrt dass sie ihre mutter angreift sie kann ihre angst und ihre enttäuschung nicht anders zum ausdruck bringen erst nachdem joseph kennedy verstorben ist finden die geschwister heraus wo ihre schwester wirklich abgeblieben ist überlegt euch das mal stellt euch vor eure schwester euer bruder würde plötzlich verschwinden und eure eltern würden das ganze immer als schöne geschichte abtun ja der niklas der arbeitet da in der schule der möchte in ruhe gelassen werden der hat da sein leben und seine freunde stellt euch mal vor nach all den jahren jahrzehnte später findet ihr heraus wie es dem niklas wirklich geht und dass euer vater dafür verantwortlich ist dass niklas nicht mehr laufen nicht mehr sprechen nicht mehr alleine sein kann als die kennedy geschwister das herausfinden holen sie rosemary zu sich die älteste kennedy tochter erhält ein privates häuschen auf dem schulgelände einer sonderschule so kann rosemary dann bei ihr leben und tagsüber zur sonderschule gebracht werden sie leben super zurückgezogen so dass die presse sie nicht erwischen kann aber die geschwister kommen ab und zu vorbei doch die meiste zeit ihres lebens ist rosemary alleine sie lebt abgeschieden von der welt versteckt und zurückgelassen umgeben von den nonnen die auf sie aufpassen den geschwistern die ab und zu vorbeischauen doch im grunde war sie ihr ganzes leben lang ein geheimnis was man hüten musste ihr wurde von anfang an das gefühl vermittelt dass man auf sie nicht stolz sein kann dass man sie verstecken muss sie erlangt die macht über ihre gliedmaßen nie wieder zurück auch nach jahrzehntelanger therapie kann sie nicht wirklich sprechen gelegentlich zeigt sie zwar winzige zeichen des fortschritts die verschwinden aber immer wieder ganz schnell und so sitzt sie dort jahrelang im rollstuhl kauert vor sich hin und nichts an ihr erinnert an die schöne lebendige junge und wilde frau die damals von der britischen presse gedruckt wurde 2005 stirbt rosemary kennedy im alter von 86 jahren rosemary ist vermächtnis schon bald nachdem sie ihre schwester wieder zu sich geholt haben setzen sich die kennedys für menschen mit behinderung in amerika ein john f kennedy nutzt seine präsidentschaft um den zusatz zum sozialversicherungsgesetz zu unterzeichnen der sich mit der gesundheit von müttern und kindern und der planung geistiger behinderung befasst dies ist der vorläufer des americans with disabilities act für den sich sein bruder ted während seiner zeit als senator einsetzt unise kennedy die jüngere schwester von john und rosemary gründet 1962 auch die special olympics um sich für die leistungen und errungenschaften von behinderten menschen einzusetzen ob rosemary wusste dass sie möglicherweise für diese projekte ein anstoß war das werden wir wohl nie erfahren und wie es ihr mit all dem ergangen ist auch das werden wir nie erfahren weil sie es selber ja kaum aussprechen konnte was können wir aus diesem fall lernen boah ich weiß es nicht es ist wirklich wirklich ein harter fall die vorstellung dass diesem jungen mädchen so etwas angetan wurde und einfach nur weil sie war wer sie war das hält mich nachts wach sie hat niemandem was getan sie selbst hat einfach nur hilfe und zuneigung gebraucht das hatte die zeit in der montessori schule gezeigt da war sie ein anderer mensch wenn man die geduld mit ihr hatte wenn man sich ihre angenommen hat dann konnte man mit ihr alles erreichen sie war auf dem besten weg lehrerin zu werden sie hat ihre ganze zukunft vor sich und das alles hinzuwerfen und zu riskieren nur weil sie nicht in das perfekte bild der kennedy familie gepasst hat das geht nicht in meinen kopf und ich glaube wenn wir was lernen können dann dass wir einander wirklich so akzeptieren wie wir sind dass wir einander zuhören einander die geduld schenken dass wir verstehen dass menschen anders sind möglicherweise waren die acht anderen kennedy geschwister alle super strukturiert und diszipliniert und erfolgreich ja gut rosemary war halt anders so sie war liebevoll sie war lustig sie wurde als freigeist beschrieben das sind ebenso tolle tribute wie erfolgreich und intellektuell ich glaube wir sollten das gute in jedem einzelnen menschen sehen und niemandem das gefühl geben er müsse irgendeine art oder eigenschaft an sich verstecken nur weil die nicht ganz so in die norm passt ja was denkt ihr zu diesem fall ich bin sehr gespannt eure gedanken zu lesen und zu hören und freue mich wenn wir uns wieder sehen oder hören bis dann und dann pf Vielen Dank.